Okay, die Aufnahme hat schon wieder nicht gelaufen. Ihr seht's gerade, ich bin gerade bei der Goblin-Armee. Ich versteh nicht, wieso bei mir die Aufnahme nicht funktioniert. Ich hoffe, jetzt ist das nicht zu laut. Jetzt ehrlich, mir geht's auf den Geist. Zum Glück hab ich heute noch nichts Richtiges gemacht. Ich hab eigentlich nur herumgehört, also ist egal. Also und 60% der Goblin-Armee gemacht. Ist aber auch egal, wie ihr seht, mach ich gerade die Goblin-Armee. Okay, ich hoffe, dass ich hier die 100%, dann suche ich wahrscheinlich den Goblin. Weil der ist wahrscheinlich überall, kann der sein. Aber dann guck ich erstmal auf meine schon erforschen Stellen. Weil es kann gut sein, dass er sich dort versteckt hat. Nee, 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 nee. Och, komm schon. Ja, ja, ja. Besiegt. Okay, 89%. Ja, und erwischt. Ah, erwischt. Okay, das war's. Okay, das war's. Der YouTube wurde zu in Hackfleisch verwandelt. Ich hoffe, mit mit schönen Hamburger, mit Pommes und mit Flitter. Hoffentlich isst man mich, wenn man mich schon nach Hackfleisch macht, dann bitte mit Pommes erwähnen. Das geht jetzt gar nicht. Jo. Jump, Skills, und zack. Ich hab schon um die Hälfte in meinem Leben verloren. Aber dafür ist gleich die Goblin noch nicht fertig. Ja, 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 ja. Fuck, fuck. Zack, zack. Oh, ja. Oh, 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 oh. Da schießt jemand drauf. Da schießt... Ja, das war's. 99%! Seht ihr das? 99%! Willst du mich... Digga, willst du mich... Digga, willst du mich... Digga, willst du mich verarschen? Ich hab das Gefühl, um mich... Da, ja. 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 Schaffe... Feige... Achso. Reine schaltet Goblin haben, wie du besiegt. Das heißt, ich ging auch mit Schiffen, dass ich die Goblin haben, wie besiegt hab. Okay. Fuss. Mein Schwert. Du kommst jetzt auch her. Nein. Du verschwindest nicht. Okay. Jetzt guck ich mal per Karte, wo vielleicht der Goblin sein könnte. Da irgendwo bei meiner erforschen Stellen ist, weil dann seh ich seinen Kopf da... Nein, nein, nein. Es kann gut sein, dass er im Dungeon ist oder halt beim Dschugel-Bio war er auch mal. Da hab ich ihn auch mal gefunden. Okay. Beim Dschugel seh ich ihn auch nicht. Also tippe ich mal auf den Dungeon. Das heißt, der Skeletron-Dungeon ist wirklich das nächste Ziel. Zack, zack, zack. Okay. Ich sag nur, vielen Dank für diese... Wissen die? Stachelball? Stochleball? Nein. Diese Stachelball, weil mit dem kann ich ganz gut kämpfen. Also, nicht gut kämpfen, aber ich setze die Einung, Skeletron nur mit Schaden zu machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe hier doch die ganzen Tränke. Warte, ich muss mal was nachkaufen. Hier kann man doch irgendwie... ...wie... ...ieh... ...komm. Ok. Ah. Die Scheide funktioniert jetzt... Ja, das ist egal. Äh, wo steht Quick Mount Mana... Ach komm schon, was das hier gibt! Verdammter Slime! Hab' ich grade gestört. Einstellungen... Steuerhohnen... Quick Mana Jump... Nein... Down Into... Quick Mana... J... Quick Mount... Nein... Okay, das heißt ich weiß es nicht. Gehen wir auf die gute alte Methode. Einfach recht klicken. Falls mir jemand sagen kann, wie es funktioniert. Wär' ich sehr dankbar. Ja... Die kann ich gebrauchen und die macht... 26 Schaden... Ja genau... Zerstör' meinen... Einfach nur zerstör' meinen Leben... Ähm... Ich hab' immer gedacht, die wär' schon wach... Aber entscheidest du für mich noch gut. Skaten brauch' ich ne... Brauch' ich ne... Brauch' ich ne... Ich hoffe, bei Hell ist der Tank... Geht nicht zum Sandsturm umher. Wenn nicht, dann werd' ich wahrscheinlich Cutlet... Wer sehen uns gleich beim Skeleton... Und rein schiebt. Ich hoffe, der ist auf der Seite. Ich hab' ihn nie gesehen. Hm... Gehen wir's mal... Aber ich bin nicht bis zum Wasser gegangen. Lass' mal gucken, ob ich ihn hier irgendwo... Bei M... Sehen... Okay, da sind nicht gestorben. Und ich höre jetzt bis zur... ... größersten Wand der Welt... Ja! Okay, das hat sich dann geplärt. Vielleicht der Skaterturm und Dungeon muss wirklich da sein. Ach, ich weiß jetzt wieso. Da hat's schon letztes Mal, als ich hier proben wollte... ...kam dieser komische Sandsturm dazwischen. Falls mir was sagen kann, wie ich den loswerden... Ich fähr' den so damit vor. Und hier, das ist die Grappling-Roof, falls ihr... Nicht wisst, was das ist. Die macht anscheinend ganz gut damage. Wär cool, wenn man sich noch irgendwo dran halten kann. Aber das ist... Es gibt zwar solche, aber das sind... Das ist keine Grapplinge. Die gibt's doch nicht. Zack! Und zack! Und... Über was wollte ich eigentlich von mir hören? Also ich weiß ja nie, was ich reden soll. Welche Themen, die ich in Terraria ausgehen soll. In Minecraft kann man ja über vieles reden. Über was wollt ihr überhaupt reden? Das weiß ich gar nicht. Hm, über was könnte ich denn reden? Die Schule geht noch nicht, die ist noch nicht vorbei. Was sag ich dazu nur? Grundschule, rein zurück. Ja, aber... ...abhängig aus meiner Grundschule sind meine Klasse. Also doch nicht. Hm... Vielleicht... ...Geschichten über Terraria, was ich da so alles erlebt habe. Also jedenfalls, ich hab's schon mal geschafft. Oh, der Sturm hat upgrade. Geil. Also ich hab's jedenfalls schon mal geschafft. Alle Bosse bis auf Okun. Wie gesagt, die hab ich noch nie besiegt. Genau wie die... Also genau wie die Digimon, die sind nämlich auf der Playstation nicht da vorhanden. Ich weiß noch nicht mal wie Okun aussieht. So ungefähr weiß ich's aber nicht so richtig. So ein komischer Tentakeltyp soll das sein. Mit so Augen als Händen, wenn ich richtig verstocken habe. Ich werd jetzt erstmal hier rüber gehen. Mit Blöcken. Och nee, oder? Wie soll ich da rüber kommen? Das hab ich total nicht gedacht. Verdammt. Jetzt muss ich mich da drunter durchgraben. Es wird ja ein richtiger Spaß. Ich hoffe, meine Pickets macht genug Schaden in die. Ja, das macht genug. Ich bräuchte jetzt schon ein bisschen mit den Meteorite-Ads. Lass mal erstmal Meteorite-Ads fahren, weil ich brauche eine Fernkampfwaffe. Die ist eigentlich ganz gut hier. Die Meteoriten kann man für den Anfang ist ganz gut. Och fuck you. Und zack. Zack, zack, zack. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad weil mein Freund hat mir nichts davon erzählt. Der hat nämlich schon mal Okun besiegt. Da habe ich ihn mal gefragt. Und der hat gesagt, das wird schon nicht leicht, hat er gesagt. Ich sage mir das so. Der hat gesagt, das wird wirklich, das wird schwer. Der hat es nur mit Heilerin geschafft. Und die musste er einbauen und die ganze Zeit anklicken. Och, komm schon. Ich habe dir doch ungerollt gemacht. Also jedenfalls hat mir mein Freund schon erzählt, dass Okun ziemlich stark sein soll. Fuck, fuck. Das war's. Okay, ich hoffe, ich habe genug von den Meteoriten. Dann werde ich mir nämlich diese Kanone kommen. Tut mir leid, ich bin etwas nicht sehr lange hier, aber es ist ja eine Gewinnungsbedürftigung. Okay, wo ist der Alta Meteoriten? Ich hoffe, das reicht für die Videobillionen. Ich hoffe, das reicht für die Videobillionen. Äh, zack. Ich hoffe es ist nicht genug, dann lass mal nachgucken. Da ist sie. Sie macht nämlich schon viel Mana Schaden. Und weil ich noch keine habe und noch gar keine richtige Sperrenkampfwaffe ist sie eigentlich ganz gut. Und sie kann ein richtiges Sperrfeuer abgeben. Ist wirklich okay diese Waffe. Dann lass mal kurz ein bisschen das Inventar sein. Sind diese Hasen da gerade bunt? Und glänzt der Hase da? Ich glaube das ist nicht normal. Da höre ich mal an. Den muss ich umbringen. Muss ich umbringen? Das ist echt so ein Hasen. Was ist das für ein Hase? Oh. Ich glaube er muss andere Waffe anscheinend hat er nichts besonderes gedruckt. Wieso die so stark ist? Guck mal. Wie kostet zwar schon recht viel Mana, aber wenn ich das mit meinem Schwert hier kombinieren halt immer ein bisschen warte und schon ist dagegen ist dieses schwör dann nicht sagt also ist schon gut dass für den einfach nicht ganz gut dieses schwert ist auch noch gut für die hölle aber für die wall of flash brauchst du das night ich empfehle da das night edge das ist stark und das wird noch zu einer richtig starken waffe nämlich schon so was von terraria von den anfangenen aus ich habe mich halt noch nicht mit der egeninversion ja genau die die war noch da da gibt es noch welche versionen meine ich noch mehr ich weiß gar nicht ob ich eigentlich bereit bin wenn ich mir ehreninversion soll richtig stark sein weil die tropen ein ufo damit kannst du unendlich fliegen meine ich es gibt einen bohrer mit den kannst du auch unendlich fliegen und der bohrer auch richtig heftige nachträger ding ist ganz keine waffe in die hand nehmen ich konnte euch schon ein bisschen informieren was noch kommen wird aber ich kann nicht alles ich weiß halt ich bin kein lexikon als er damit ist guckt der weiss bestattung sein seit diesem musik aber er stützt es geht für so eine serie da über die serie kann ich eigentlich reden weil falls sie niemand gesehen hat und sie gucken will dann zwei lassen also werde ich mal erstmal klappen das bitte sagt jetzt nicht dass wir das gut sturm abgehen bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht jawoll kein sturm kein sturm kein sturm kein sturm freie ruhe kein sturm ok also ich weiß gar nicht über was ich reden soll über vielleicht wie ich den besiegel fuck ach ich bau da einfach ich brauch noch holz ich bau da holz ab weil ich muss so eine kleine arena bauen das habe ich auch somit habe ich es geschafft den zu besiegen nur mit dieser kleinen arena könnte auch rein tun wenn ich versuche mir die helle zu bauen und mir diese hellgerüstung wollen aber ich glaube ich schaffe das schon mit dem mussten und mit dieser waffe letzt schießen einfach nur weg so ja ja ich bin mir kein wort aber das kann ich ob das gut ist ist ja eigentlich alkohol fackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfack okay okay dann wieder da ich hab genug baum gefällt also baume gefällt weil ich brauch holz ihr werdet sowieso gleich sehen was ich mache also ich weiß gar nicht ob ich diese reise raus könnten werde das ist doch gar nicht so schlimm jedenfalls mit dem stil soll ich vielleicht irgendwelche songs nehmen weil wenn wir wenn das mit anderen sind dann ist das viel witziger okay ich hoffe ich krieg jedenfalls bald die flügel flügel sind extrem wichtig falls ihr es wissen wollt weil mit flügel kriegt man kein falsch an mehr das heißt ich bin nicht ich bin in mein Freund weiß es erkennt glaube ich sogar das Lied auswendig also falls ihr ihn fragen wollt ihr müsst ihn fragen jawoll ich hab den Dungeon falls ihr jetzt wissen wollt was ich meine erstmal brauche ich normale Blöcke brauche ich eigentlich für was anderes zum Glück habe ich diese Sprungschuhe dafür bin ich so dankbar ach ich hab's geschafft ja das schaffe ich auch im Dungeon das wäre einfach nur belastend wenn ich nicht schaffe so jetzt brauche ich viele von denen weil ich zeig's euch gleich was ich mache effektiv aber trotzdem das ist wirklich eine gute es ist halt so eine Mini Arena sag ich dazu nur also so baut man eigentlich Arenen hier also kennt die doch vielleicht bei Terraria also normalerweise bei Terraria um die Bosse zu besiegen baut man Arenen weil damit es viel leichter mein Freund hat halt so eine Ray gebaut damit kann man es auch machen aber auch mit diesen Arenen die sind auch effektiv ich bin eher so ein Arena Typ eher so ein Ray Typ das benutze ich jedenfalls gegen das auf jeden Fall gegen den Zerstörer weil der hat gesagt damit hat er ihn besiegt und ich weiß jetzt nicht wie ich ihn sonst besiegen soll und so werde ich wahrscheinlich den Trick meines Freundes anwenden weil wenn du in der Ray bist kannst du trotzdem die attackieren das ist ziemlich okay aber ich weiß jetzt nicht ob das mit Bugs ist weil bei der Playstation da konnte ich die nicht angreifen könnte sein dass das vielleicht mit Bugs ist aber wie ich das machen werde das werde ich euch vielleicht zeigen ich mach es sozusagen oder ich sag es einfach jetzt genau ich sag es einfach jetzt wäre eigentlich egal jedenfalls solange ich gegen die Kämpfe werde ich hier halt sozusagen hier seht ihr erstmal ich baue hier so eine so eine als Stufenartig so mehrere Stufen dass ich die ganze Zeit hin und her springen kann und da unten werde ich natürlich ganz viele Stachel weil er dahintun weil dann kann ich sozusagen die ganze Zeit so hin und her locken dass er die ganze Zeit durch diese Stachelbeil geht und dadurch kann ich ihm so viel Schaden machen glaubt ihr gar nicht das ist gut dass die Goblin an mir da war sag ich dazu Gott frisst das frisst meine lange Schwert und nicht dass er dann nur das das frisst meine Schuhe und dann äh da ist auch mal ein Geschwärzer statt zu nehmen halt ich kann ja auch vielleicht zweideutige Sitze erzählen während wir das machen und zweideutige Sachen sagen einfach nur ähm uuuh ja mein Unstain is the same da siehst du es haha nein ok ich werde jetzt noch mit meinem Volk machen der kommt auch noch falls sein Laptop mal wieder funktioniert weil im Moment ist sein Laptop kaputt ich würde gerne mit ihm aufnehmen aber wenn es also nicht der eine mein Cousin das ist ja mein Cousin er ist auch zwar mein Freund aber auch mein Cousin aber mein Freund der heißt xk-0x könnte auf sein Kanal gehen und abonnieren ich habe nichts dagegen ja wahrscheinlich auch nicht da gebe ich ihn sogar beruhigend ein ganz ehrlich was geht das würde er auch nicht tun und du denkst jetzt so Max oder wieso gehst du hier nicht einfach rein weil da ist sowas wie ein OP Monster das den beschützt und bis ich nicht Skeletron besiegt habe wird er mich die ganze Zeit über und hinten man kann ihn zwar besiegen ich weiß nicht wie das Leute schaffen es gibt Leute die schaffen das aber ich glaube mit denen okay wirst du was sagt er komm in der Nacht wieder du wenn du hinein willst fließen sagt er vielleicht noch was komm in der Nacht ich werde das wahrscheinlich alles schneiden weil ich habe keinen Bock also ihr habt wahrscheinlich keinen Bock hier mit mir zu warten ich bin eigentlich sozusagen mit der Arena fertig ich werde die wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen ausbauen sag ich dazu und wir sehen uns dann wenn es Nacht ist wieder wie ihr seht der Auto ist noch ausgebaut und ich denke der Skeletron ist jetzt bereit zu beschreiben weil das hier Skeletron mhm das ist doch nur ein alter Mann ach warte ist noch nicht so weit mein Meister kann nicht beim Tageslicht herab herbeirufen werden ähm mein Meister kann mich eher bei rufen wenns Nacht ist komm wieder wenns Nacht wenns nacht in der quente komm wieder wenn du hinein willst komm nachts wieder wenn du hinein willst mein Meister kann mich bei Tageslicht Das ist sein Meister, sagen wir es so. Aber ich hab mich auch... Ey, ey! Fuck, 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 fuck! Der macht so viel Damage! Ich will's wieder so verarschen! Friss mein neues Schwert! Friss das! Friss das! Friss es! Friss es! Friss es! Friss es! Na 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 nana! Oh, ich hab die Eisenhaut! Und zack! Und direkt! Drink den! Jo 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 Weiß ich nicht, ob der auch von dem... Frissst mein specifics! Du sollst sein Meister sein! Eher ein Schlumpf! Schlumpfblau würde ich erstmal sagen! śmkinn Ich find die, ja, Stark Revolving. Fuck, fuck, fuck. So viel Damage, so viel Damage. Was hab ich dazu noch? Fuck, 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 fuck. Riggs Monster. Was wollen die hier? Ich muss hier erstmal meine Minen anlegen. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Und zwölf Sekunden. Zwölf. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nun. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dein Arm ist erstmal weg. Dein Arm muss nochmal gleich weg sein. Willst du mich verarschen? Jawohl. Jawohl, ich hab seine beide Arme. Jetzt kann er nur noch mit seinem Kopf angreifen und das kann ich ganz easy einfach wegweißen. Oh, äh, äh, scheiß Zombie. Was geht mir jetzt so auf den geistigen Monster hier? Ganz ehrlich, ich nehme jetzt mein Schwert. Hier, friss das. Was will ich dagegen machen? Außer wenn diese... Oh, ich fühl mich irgendwie hier total verarscht. Drecks Monster. Ich hab'n Gefühl, die wollen dem helfen. Ne, 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 ich hab'n besiegt. Das heißt, in der nächsten Folge wahrscheinlich können wir erst zum Skeleton Dungeon gehen. Aber ich glaub, die Minute geht noch. Es geht viel zu lange, das Video. Ja, das ist viel zu lange. Das kann ich ja unmöglich nach den Skeleton Dungeonen zuführen. Vielleicht werde ich ja heute noch ein Video machen. Sähe ich ja. Vielleicht kann ich noch ein paar Stoffe bollieren. Ja ja ja, verbreitet euch meine Bälle. Meine Bälle, verbreitet euch. Jawoll, jawoll. So habe ich ihn nämlich besiegt, ihr müsst euch vorstellen. Immer wenn ihr dadurch, jawoll. Ihr könnt's vorstellen, das macht richtig viel Schaden. Ihr müsst euch vorstellen, dass die ganze Zeit instant, instant dein Leben geht runter. Instant, instant. Ja komm, komm doch. Ja, was willst du dagegen machen? Willst du dich drehen? Ja gerne. Mach ich hier einfach raus. Guck mal, ich hab Full-HP. Und wie ist mit dir? Hast du Full-HP? Nee. Hast du Full-HP? Nee, würde ich sagen. Hast du Full-HP? Hast du Full-HP? Weg doch mal mit mir. Nee, halt die Fresse. Also. Der ist tot. Sowas von tot. Doch, der kommt noch um mich an. Ach, der geht doch. Jawoll. Skeletron-Hand. Geil. Einfach nur. Geil. Damit habe ich sie. Damit kann ich sozusagen meinen Fall ein bisschen abfedern. Soll ich es euch mal zeigen? Zack. Hä? Wieso kann ich die nicht schießen? Hä? Wieso kann ich sie nicht schießen? Vielleicht gibt es dafür eine spezielle Tasse. Also das war's damit diesem Video. Ich würde sagen, das war ein ganz toller Erfolg. Wir haben die Skeletron-Besieg. Wir werden wahrscheinlich nächstes Mal schön in der Dungeon reingehen. Ich werde mir mal ein paar Tipps geben. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im zweiten Part. Von Terraria. Und bitte abonniert den Kanal. Das würde mich sehr unterstützen. Und bitte lasst ein Like da, als ihr es toll findet das Video. Und wenn ihr es generell Like da ist, würde mir zeigen, dass euch das Video gefällt. Und alle vielen Dank. Bye.